Was meint die mit Villa? Meint die das da quasi, wo da Essens-Truck ist? Villa ist da beim Essens-Truck, ja. Okay. Ich bin linke Seite. Bei der Kirche. Ich bin rechte Seite. Nee, äh, Kirche ist... Ich essens-Truck. Ich komme mir sonst so schlecht vor. Was da vorne ist? Wo sind die denn? Ist eigentlich in der Villa drinnen, aber die Schüsse kamen auch von... Aber bei der Kirche ist die Villa. Aber die Schüsse kamen noch von woanders, ne? Ne, die kamen von hier. Ja. Hier ist nix. Wir sehen nix. Aber die müssen uns ja gesehen haben, also... Ich denke mal die sind da hinten irgendwo. Da auf dem Marktplatz. Da hinten, genau. Wird auch meistens gemeint, dass äh... Beim, bei, beim Haus des Bürgermeisters... Ah, sie ist scrapped, Kapitel. Ja, wir sehen. Dann wird sich die mit dem... Ja, das wär aber der andere, ne? Aber der hier, äh... Also hier unten fände ich's eigentlich auch nicht schlecht, weil... In dem, äh, Ural sind doch die ganzen Reinforcing Materials und so, weil... Die wahrscheinlich schon einen gesagt haben. Aber da ist doch der Scrapcopter, mit dem sind die wahrscheinlich hier gelandet. Ja, lass doch da landen. Ja, dann haben wir zwei Helis so mitnehmen. Macht nen Spruch? Soll ich machen? Ja, lande da, wir nehmen den Scrapcopter. Wir gucken kurz rein, wenn da Zeuge drin ist, äh, fliegt einer von uns mit ihm weg. Ende der Geschichte. Was sollen die machen? Der ist einfach Freund. Ne, nein. Wir lügen hier, also Teji wirklich. Ich bin der freundliche Dieb von nebenan. Ich bin im Haus, sie ziehen auf uns. Was? Drei, drei, drei Leute, Jungs. Die knallen uns schnell ab, wenn wir von hinten kommen. Das sind aber Guards, ne? Ach ne. Schießt auf sie. Also... Hau mal ruhig, Tim. Die haben keinen Sprit. Da unten war was. Die haben keinen Sprit. Ja, eben. Tim, äh, bisschen nach rechts, bitte. Einer ist auf der linken Terrasse. Drei sind im Haus drin. Äh, zählen wir mal. Erster, zweiter und dritter Stock, oder? Oh, ich muss. Ich kann da nicht schief sein. Jetzt kommen sie raus, sie kommen raus. Zählen wir uns tiefer, ich kann es noch nicht. Ja, aber wenn ich tiefer gehe, dann treffen mich die Guards auch ein bisschen besser. Und nur ein bisschen. Das sind Guards, ja. Das sind Guards. Das sind Guards. Lol. Frag mal, ob das der Scrapcopter von denen hier ist. Die ist ja ein bisschen sehr offensichtlich, finde ich. Ja. Die wollen doch, dass wir die betanken. Dann müssen wir ja auch wissen, welcher Helicopter das ist, oder? Also, ich finde das, was Teji sagt, das klingt logisch. Das klingt total logisch. Das klingt total logisch. Ja, dann schreib doch. Ich bin am ballern. Okay, dann schreib ich. Niemand will die Verantwortung für die Lüge übernehmen. Aha. Auf den Dächern sind gerade vor uns, yeah, diverse Guards sind da auf den Dächern. Dass die nicht schießen. Hä. Das ist nicht deren Scrapcopter. Dann sind die das nicht, okay. Was hat noch mehr auf den Dächern? Nochmal, zwei, drei. Ja. Dann flieg mal auf den Gans. Nee, flieg mal weiter. Wohin? Hoch, was denn jetzt passiert? Jetzt ist es dunkel. Wir müssen noch wissen, wo die sind. Du musst sie die finden. Das war sogar voll dunkel bei mir. Na, wo ist sie? Die will ja. Nein, ich habe die euch jetzt in den Hinterhalts gelockt. Sie holen gerade, das müsste ja heißen, dass sie Richtung Industrial rennen. Wenn sie jetzt Cherries holen. Dann wahrscheinlich. So rein logisch. Ja, aber wir müssen ja immer noch wissen, wo der Helikopter von denen steht. Da steht ne MIE zum Beispiel. Auf dem Landeplatz steht die MIE. Die steht da immer. Ja? Ja. Nee, die steht da nicht immer. So. Die spawnt ja normalerweise, aber das letzte Mal ist die nicht gespawnt, weil die ja eben ein bisschen Benutzung hatte. Weil ich hab noch nie Probleme mit dem Flugzeug zu starten. Oh doch, ich bin schon ganz häufig. Industrial ist irgendwas. Industrial sind sie, glaub ich. Gleich beim Eingang ist irgendwas. Ja, das sind beim Industrial. Sollen wir die jetzt abknallen oder nicht? Ja, aber zuerst fliegt so nah ran. Sie denken ja, wir sind Freunde. Noch nicht schießen erst nah ran. Sind die mit dem Flugzeug hier? Ich glaub, sie sind mit dem Flugzeug hergekommen. Da steht ein Flugzeug. Sobald wir sie beide im Visier haben, wegfallern oder einer von uns im Visier hat. Nee, der Kleine steht auch immer da. Ich sehe einen. Irgendwer ballert. Oh, die Gasballern hast du hier. Oh, da haben wir die leider verwechselt. Da unten beim Contender. Ah, ich treff die nicht. Jetzt direkt hinterher. Drehen wir. Ah, Wizzle. Ich hab einen erwischt. Wir sind gut. Aber das war glaub ich kein Spieler, oder? Das war gar nicht scheint, ja. Gucken wo im Endeffekt. Indirekt bist du doch wieder freundlich, ne? Ja. Schade. Unter uns links. Trittst du mal links, trittst du mal links? Direkt unter uns links, ja. Ja. Ist einer. Jetzt ist tot, ne? Äh, chillen wir es doch einfach. Ah, da ist noch eine. Bitte ein bisschen weiter nach rechts. Ganz wenig. Also, nach rechts. Der Jui am Feld. Genau so. Das ist ein Spieler. 100%. Der geht in die Halle rein. In die Halle hinter uns ist er rein. Das ist ein Spieler, ganz sicher. Ja. Ich glaub da noch ein Spieler vielleicht. Da ist noch ein Spieler. Du bist wieder vor. Du bist wieder vor. Ein bisschen rechts drehen. Okay, still halten, still halten. Ach, es war ne fucking Garte. Hab ich ihn doch? Hab ich doch einen abgemallert? Nee, ich hab ne Garte erwischt. Der Attila... Al... Wie? Al Alital? Keine Ahnung. Ihr habt alle nur Garten erwischt. Der Meils werden den abgeknallt. Naja, es kam aber keine Todesmeilung. Ja. In der Halle ist er jetzt aktuell. In welcher Halle? Mich interessiert der Scrapcopter. In welcher Halle? Mich interessiert deren Helikopter. Das ist der Jui auf dem Feld. Der Helikopter. Ja. Den solltet ihr auftanken. Aber jetzt hier zu landen ist auch quasi... Ja, das wäre selbstmord. Lass uns doch mal zum Heli von denen fliegen und gucken. Hier willst du volltanken. Haben wir Jerricans? Haben wir Jerricans? Um den volltanken? Guckt mal ein Geer. Ja. Wo ist die Heli? Meint die? Die jetzt hier vorne? Empty. Äh, ne. Vom Jui haben sie gesprochen. Ja. Ja, deswegen jetzt frag ich ja. Da steht ein Jui, aber ich glaub das ist der der immer hier spawnt. Und einer bei Heli. Einer bei Heli. Einer bei Heli. Hitten bei der... Was? Jui. Ja, herr. Schieß den beim Heli noch nicht ab. Na welchen Heli denn? Recht sagt er. Geh sowieso nicht. Wieso denn nicht? Süd-Ost. Da hol ich doch mal meinen Kompass raus, den ich nicht habe. Oben hast du nen Kompass. Steht da oder was? Vor uns? Äh, hinter uns. Das ist aber keine Jui hier. Nö. Aber vor uns ist doch ne Jui, oder? Ja, aber das ist es genau. Absolut. Aber da müsst ihr ja eh mal stehen. Ja, da ist es aber. Abknall steht drauf. Abknall steht drauf. Aber nicht Abknall, noch nicht Abknall. Erstmal gucken was da drin ist, oder was? Nee, erstmal warten bis der Musix kommt und knallen wir beide ab. Das ist doch Musix. Das ist doch Musix. Ey, wo ist das der Musix? Bis Antilal kommt, mein ich. Ne, ich seh schon. Jetzt streitet ihr euch darum, wer ihn abknallen darf. Jetzt kleiden wir halt ab, ey. Lassen Sie das... Lassen Sie das Geschütze... Lassen Sie das Geschütze dahin zeigen. Wer ist für... Wer ist für töten lassen? Wer ist für töten? Ja, die... Die seitlichen Geschütze, die müssen ihn aufziehen. Also ich find ja, warten ist eigentlich der gewieftere Plan. Mhm. Die noch den Heli auftanken lassen und dann... Dann macht sie schön alles für uns und dann ja. Ja. Außerdem interessiert mich der Scrapcopter, aber da... Wo dann landet auf ihm und sagt, es ist nicht versehen. Was find ich bisher die eleganteste Idee? Tja, ey, mach mich auch grade. Was machen wir denn jetzt nur? Ja, land, land, land. Schreibt doch mal. Wir können sich entscheiden, ob wir euch töten oder helfen. Okay, dann. Dann hat doch bitte ja nix. Oder wann wir euch töten. Bitte? Ja, einer muss auf jeden Fall ein Visier haben. Ich habe ein Visier. Okay. Ich geh nicht ins Flugzeug in den Wald. Warte mal, das ist ein Bandit. Oh! Echt? Ein Bandit. Ja, ich geh zu ihm. Und warte. Dann töte ich ihn. Er ist Bandit, ja. Ach, na dann. Dann... Okay, der andere kommt vom Supermarkt her. Der auch fände ich. Die haben kaum was. Die haben hier gar nix drin. Supermarkt. Also hier haben wir ein Visier an den anderen. Supermarkt. Das ist ein Guard, oder was? Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass jetzt hier auch noch Guards sind, ja. Ja. Das ist ein Guard. Das ist ein Guard, ja. Aufpassen. Deckung. Jeder. Wo sind die Guards? Wer schießt mit der Fall? Ich. Guard, oder? Ich schieße von der linken Seite. Nee, sagt mal bitte, wo ihr seid und sagt, wo die Guards sind. Also die Guards sind beim Supermarkt vorne. Sind jetzt von links nach rechts gesprintet. Ich lieg links von euch beim Runway. Zumindest wird er euch dann nicht mehr fragen, ob ihr ihn abholt. Krabbelt jemand von uns oder ist es ein Guard? Ich krabbel. Ich krabbel nicht. Hier. Beim Hubschrauber aber. Beim Hubschrauber aber. Okay. Weil bei der Feuerwache laufen ja welche rum. Ja. Abschießen. Ich schieße auf den Turm. Hey, da ist ja einer oben drauf. Den schieße ich gerade weg. Oh, er ist verfahren. Der Guard ist hinter mir. Schieß auf uns. Ja, bei der Feuerwache. Der hat uns gesehen. Da hinten steht ein Spieler, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Ati da. Soll ich den abknallen? Äh, ja. Ist auch ein Bandit. Knall ihn ab. Ich knall den anderen ab. Sobald die Todesmeidung kommt, knall ich ihn ab.